hallo und herzlich willkommen zurück oder auch nicht zurück zu einer draw my sing runde mit marvin hallo 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 ja hallo so wer das nicht kennt man muss das malen das beschreibt eigentlich schon gerne ein bisschen raten marvin du kennst das ne ich kenne das ja das ist gut so guck mal ist er da mal halt also muss das ja im chat schreiben ok doch nicht was will der ich habe keine ahnung kann auch sein dass ich auf eine sache falsch ja jetzt muss ich wissen wie es auf was ist das ja das ist das ist eine stern schnuppe aber ich weiß nicht wie es auf deutschland ach kommit ist der dumm aber du musst mal du musst mal du ja alles klar ok englisch schwere sprache ja ok nicht so gut nicht so gut mit dem tnt ja irgendwas mit c ja hab weh doch auch share ich habe creeper eingeben und dann hat man hat irgendwas draufgeblickt drei wörter ah ne ok schreibt das selbstverständlich selbstverständlich was macht ihr da ist ja dumm das ist eindeutig ein ein schnitten schnitten ja bin ich auch dafür alter das ist sein soll dann schief bin ich auch dafür was ist schief chef chef ja schief schief ok los geht's was malt er da star es gelbe es ist gelbe passt nicht hin es ist auch ein schnitt es ist eindeutig ein bogen ein pfeil wieso hat er das schon was ist das ok 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 ja 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 ich glaub das ist ein flugzeug das ist so ganz flugzeug ich schreib das euch hin ich bin so doof im kopf das oh man oh hättest du einfach mal hingeschrieben ich hab noch keinen einzigen punkt ach so er malt schon ok äh was ist das ein stuhl ne hatten wir schon hm der schreibt das aber ach so ok ne das ist b wie du hast das ach so aber ja easy easy schuhe natürlich er kennt mich doch sofort ja ja klar hier was haben wir denn hier vier punkte naja vier punkte ich hab einen punkt äh love love das ist oh oh es ist echt love verdammt nein nein es ist kein love oh mein ich hab das laut gesagt sollte nicht oh shit ok komm jetzt bin ich dran komm ich muss zeichnen ja sowas musst du jetzt zeichnen ah easy easy locker ah ah scheiße falsche farbe wähl doch rot aus du Bastard äh ja warte ok warte ah noch nicht warte 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 ah nicht ja soll das in den mund sein nein das in den mund da wollten grad die zähne mal oh man guck da siehst du nicht die schwarze das sind zähne ja wie soll ich denn auf weiß auf weiß malen ach man ach man ach man ach man ja komm das ich hab punkte bekommen dafür glaube ich oder hat das hat eindeutig jemand erkannt ok was soll das sein ähm 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 ein roboter das ist ein tiger ja ach so so tail oh jetzt hab's schwer doch gleich das ist ein schwanz das ist ein schwanz ich wusste das soja komm jetzt hole ich verfolgsjagd verfolgsjagd vom geist hab ich dies ja schon überholt ja ja das ist eindeutig ein nein ach so ne 초 ach ich hab keine Ahnung was Pinsel heißt ich weiß es nicht äh Pinsel P uh p p p p p p p pul Pencil der Ahnenpilzli ist das ach so los ich hab natürlich noch gewusst hätt ich noch gewusst c questo ah ok wo ist denn hier ah dill explake mich pst cock 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 hun Los, komm, mach das. Es ist eindeutig ein. Nein. Ach so. Easy, locker, Bier. Ja, man. Schönes Pilz. Das gute alte deutsche Bier, ne? Ihr wisst das alle nicht, ihr seid alle scheiße. Alle keine Deutschen. Äh, das ist voll gut, wie kann man da kein Bier erkennen? Ne, die kennen Bier nur aus Dosen, die Amis. Okay. Sofort. Verstand. Äh. Ach, Rewa ist auch schon, okay. Egal, ich schreib wieder mal nochmal hin. Allein der Vollständigkeit. Ich sehe das mit Tee. Ah, easy. Ja. Vor allem. Es ist doch gut, nein. Ja, er hat ja diesen Strich da gemalt. Ja, ich hatte jetzt eine Insel mal. Eine Insel war es. Boah, guck mal, wie gut ich bin. Hm. Komm, ich schaff noch Zweiter. Ein paar Runden. Vielleicht haben wir auch noch Erster. Komm. Ne, ich muss ja theoretisch nur einmal Erster sein, dann bin ich ja schon auch fast Erster. Achso, es malt schon jemand. Was soll das sein? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es... Oh, oh, oh. Das ist ganz bestimmt eine Kaffeemaschine. Ne, oder? Kaffee. Neben ist es Tee. Da steht ja oben die Zahlen. Das kann ja nicht Koffi sein. Teapot. Ah, okay, Teekanne. Okay. Ja, dann zeig mal hier, was du kannst. Wir müssen gleich mal Montagsmaler spielen. Können wir auch. Aber ich habe nie den Server gefunden. Na, dann gebe ich den gleich. Lol, er hat's. Oh. Hä? Hä? Wurde ich verarschen? Achso. Achso. Ich habe erst... Nein. Ich habe den ganzen Tag mit einem Handschuh rauserkannt. So Mickey Mouse Handschuh. Hä? Wie scheiße ist das denn? Achso. Hä? Das ist eindeutig ein Creeper. Ach. Hä? Wieso? Das ist ein... Kaktus. Mit deutscher Eiche. Wie wird Kaktus geschrieben auf Englisch? Was heißt Kaktus noch auf Englisch? Äh... Kaktus auf Englisch? Kaktus. Das ist ein Kaktus sein. So ist er schlecht. Ja, sag ich doch. Ein Kaktus. Aber ich habe vergessen, wie es geschrieben wird. Ich habe es mit K geschrieben. Guck, steht da Kaktus. Ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, das ist ja mega schwer, was ich mal muss. Warte. Na dann. Warte, das Beste kommt noch. Das ist ein Nierpferd. Nein. Warte. Warte, ich muss näher ran. Das ist ein Geweih. Ja, okay. Kann man das auf Englisch heißen. Moose. Das ist ein Elch. Das ist eindeutig ein Elch, oder? Komm. Dritter. Scheiße. Rieselocker. Okay, jetzt kommt Montagsmann. Montagsmann. Okay, und tschüss.